Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Asbest Elo Folge, heute mal endlich mit dem Shack wieder, hallo Shack, geheilt und fit wieder und come gank mit Lux has no escape. Geht auf den Draven! Das macht mir ja nicht. Jawoll! Hier sind doch ein AT-Carry verloren gegangen. Mir ist vor allem erstmal ein Heal verloren gegangen gerade. Aber er kommt jetzt wieder rum. Beziehungsweise kommt runter, ja. Ist erstmal in deinem Jungle. Er hat keinen! Oh mein Gott. Ups. Mein Fight ist auf Level 6. Serrated Dirk. Heißt das wirklich Dirk? Das Item von ihm heißt Dirk. Komm jetzt, komm jetzt! Alter willst du mich verarschen? Was war denn das? Blitzcrank! Hol den doch! Oh jetzt in der Mitte, in der Mitte, die Plays, die Plays! Oh, oh! Sehr schön! Aber ja! Blitzcrank ist in der Mitte, jetzt! Blitzcrank! Was du unten nicht kannst, krieg sie hin! Er schafft es wirklich! Er schafft es einfach wirklich und kriegt den Kill! Ich fass es nicht! Sehr schön! Was ist da los mit euch? Counter-Gank gecountered oder was? Aber sowas von gecountered! Ich bin allein! Ich bin allein! Du hast doch keine Hilfe mehr! Severe! Forever Alone! Oh, die werden beide gestunt! Was war das gerade für ein Flash? Oh! Hast du das gesehen? Nope! Du musst du unbedingt in deine Scheißaufnahme reinnehmen! Ähm! Nein! Na Gott, ich stehst du hoch! Geil! Oh, Alter! Hast du den Punkt geschafft? Ja, geil! Jawohl! Ja, geil! Komm! Die Dodge Blaze! Ah! Oh! 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 Die haben nicht einen Turret? Ich rieche den nächsten Win! Ah, ah! Bitt... OOAH! AAH! Ulti-Dodge! Hast du den Dodge gesehen? Ja. Dieses C-Bear ist einfach OP! Boah, die Ult. Ernsthaft. Flash-Ult. Ich hab keine Warps. Oh nice! Schöne, schöne Train. Boah, den haben wir, den haben wir. Den haben wir, den haben wir. Gut. Weg! Okay, Moment. Geil! Richtiger Kill. Das war ein sehr, sehr guter Call, muss ich sagen. Boah, schön! Wir müssen eins sagen, wer hat es heute mal entschieden? Die C-Bear, 665. Du stehst 3-0-2, was ist da los? Und dein Farm sieht gut aus. Es geht hier nicht darum, okay. Es geht einfach darum, dass ich Echo spiele und... Den kannst du gut, gell? Ja. Okay, ich muss auf jeden Fall am Ende schreiben, Where is your late, Draven? Das kann ich mir nicht sparen. Arsch. Ich glaube, ich wird gut. Ich schreibe es schonmal. Draven, where is your late? Achtung! Wait for it, wait for it. Wo ist der Flame, wo ist der Flame? Gib ihn mir, gib ihn mir hart. In your mamas pussy! Nee, es heißt nicht pussy, es sind vier Sterne. In your mamas dick. That carries you all. Äh, yeah. Warte durch. Okay, okay. Okay. Den hole ich mir nur ab, den Kill. Jawoll! Das ist DST! Danke euch fürs Zuschauen bei einer weiteren Folge Asbestrelo. Mit dem Schreiberkommler, der alles gerissen hat. Hast du dir das überlegt vorher? Ich glaube, das war das, was ich irgendwann sagen wollte. Bis zum nächsten Mal, Leute. Adi. Alta Dogi Bis zum nächsten Mal.